Be quiet, you idiots! You guys are in a high school, aren't you? Can you shut up during class? Don't you have any common sense? First of all, my job is to waste my precious time teaching you assholes philosophy. And since I'm so nice, I'll straighten up your rotten attitudes while I'm at it. Aren't you honored? And I'll be going especially hard on any of you morons that are curious about the murder, got it? Now get your books out! You listened to the lecture intently. So, are you used to this place? Yes, of course. Wow, that was fast. There isn't much to do here compared to the big city. But there is that certain something you can't get anywhere else. The air is clean, the food is great. Oh, you know about the local delicacy? It's grilled steak, man. Like that's anything special, huh? I know a place where you can get it cheap. Will you come? You helped me out this morning, so it's on me. What about me, huh? No apologies. You always come around when I'm talking about food. How about it Yukiko? Don't you think he should treat us too? I'll pass. I don't want to gain any more weight. I need to help at the end today anyway. Wow, Yukiko-san. You started training to take over the business? It's not like that. I'm just helping out when it gets busy. Well, I should be on my way. Huh? Do I seriously have to treat two people? Oh, well. We should go. Huh? Do I seriously have to treat two people? This is the cheap place you were talking about? They don't have grilled steak here. Yeah, well. Once you hopped on the Freeloader train, I had to change my plans. Still, that's no reason to take us to your place. Dude, this isn't my place or anything. Oh, right. I haven't told you yet, huh? I moved here from another city about six months back. This location just opened up and my dad was assigned to manage it. So our entire family came out here. Here. This is to welcome you to town. Saranaka, yours is on me too. Yes, I know. It's been half a year since this place opened up. But I haven't been to the local shopping district since. A lot of stores started closing and... Oh, um... But... You can't believe it all in the Junesis, can you? ... Hm... Weis' nicht, also Junesis is halt schon ziemlich... Krass, oh nein, diese Person ist wichtig. Sie setzt sich nämlich dahin und alle gucken rüber. Nein, Saki Senpai, das ist doch die... Oh nein, lass uns schlecht über sie reden. Sorry, bleib' gleich. Ja, wer ist das? Oh, das ist Saki Kunishi. Ihr Familie baut eine Likostore in der Shopping-Distrikte. Ich glaube, sie arbeitet hier, Teilzeit. Nein, die ist natürlich jetzt traurig. Hey, wie geht's? Wie geht's? Du sahst tot. Hey, ich bin endlich auf dem Weg. Was ist denn, Hanachan? Du hast das Familie-Business gebracht, indem du deine Freunde hierher bringst. Oh, Madame, du wirst mich nicht. Schau mal. Du schaust an. Du schaust an. Hat was passiert? Das ist nichts. Ich bin nur ein bisschen schmerzt. Hey, ich liebe dich. Ich bin okay. Danke. Du schaust an. Ist das genau? Ich bin das nie in der Schule. Ich bin das nicht in der Schule. Ich bin das nicht in der Schule. Hey, ist das ein Kind hier? Ich bin das nicht in der Schule? nicht wirklich als sie hat schon hängen auch mit der Gleisnach das ist sehr lieb sie hat sie nicht so ein bisschen gelangt gut ist so einfach sein sie geht gar nicht gehen werden sie sind die ganze Zeit und reiten ist nicht mehr okay gut er steht übrigens drücken wir ja ist ein neuer naa ist der great guy, ist der erste Bro, wie soll doch, ist ein Bro, auch ein Nefiges ist ein Bro ich weiß, ich bin nur schuldig komm mal, Senpai, es ist kein Grund, dass du so etwas beschäftigst naja, meine Freude ist jetzt schon über zurück, nach Hause ich gehe später Ja, okay, bye, tschüss. Wow, das war uninteressant. Uninteressant. Saki-Senpai sagt, ich bin wunderschön, aber sie ist noch besser als ich. Sie ist ein junger Bruder und sie tritt mich ziemlich den gleichen Weg. Oh, du willst nicht, dich als ein Bruder zu tritt, hm? Oh, ich verstehe es. Das ist so. Oh, oh, oh. The daughter of a local family-run liquor store and the scion of the invading chain, the flame of forbidden love. Ja, was? Okay. Dude, it's not like that. Oh, really? Well, I know just the thing to cheer up that lovesick heart. You ever hear of the midnight channel? You're supposed to look into a TV that's switched off, alone, exactly at midnight on a rainy night. While you're staring at your own image, another person will appear on the screen. And they say, that person's your soulmate. What? For a second I thought you were actually going to say something useful. How can you get all excited over such a childish urban legend like that? Childish, huh? You don't believe it, do you? Of course I don't. Well, it's raining tonight. Let's all try it out. Then you'll see. Try it out? Wait, you haven't even tried it yourself? Wow. I'm trying to remember the last time I heard something this stupid. No. You know that incident yesterday? You guys think it was murder? Nein, doch, vielleicht The secret behind it is still lurking around. Shushh. You shouldn't joke about stuff like that. Now who's the child's one? Okay, so what I'm saying is... You guys better try it out tonight. sie schon zwei langweilige Leute hier ich glaube ich glaube glaube ich nicht da also die Söge das Gerüchte glaube ich ja sowieso nicht aber auch kurz jetzt geht das schon los in der war denn alle uns in der Kur so ich hatte keine Zigaretten ne alles langweilig immer sorry ich bin beschäftigt ich bin beschäftigt ich bin beschäftigt kannst du die Nachrichten für mich stellen? Die Fernbedienung liegt zwei Meter von dir, die hättest du doch mitnehmen können zur Couch. Es ist ein Follow-Up-Report über den Inziden gestern. Wenn Mrs. Yamano, die TV-Enouncer, war alive, war er mit der Councilmanns-Secretary. Der Manns-Wife scheint zu sein Misutsu Hiragi, an Anchor-Singer. Could the incident be tied to their lover's Krabble? Die Police plan to investigate this relationship and question any personnel involved with them. In addition, we now bring you an exclusive interview with the local student who found Ms. Yamano's body. Jetzt bin ich gespannt, den kennen wir doch bestimmt. Eine Interview mit einem Kind? Ach, wo in der Hölle haben sie sie gefunden? Was ging durch deine Minderung, als du sie sahst? Könntest du dir sagen, dass sie tot war? Habt ihr ihr Gesicht gesehen? Was? Was hast du gesehen? Wir haben hier ein Mikrofon unter die Nase. Aua! The female students face and voice are distinct. But you feel like you've seen her before somewhere. Oh, natürlich haben wir sie gesehen. Oh, natürlich haben wir sie gesehen. Das ist der beste Reporter der Welt. We heard that you found it when you left school early. Did you have some personal business to take care of? Huh? That's... The reporters enthusiasm seems to be perplexing the girl. Looking closely, she reminds you of Saki Konishi, Yusuke Senpai. Nein. Du schlauer Mensch, du. Wir sind so schlau. Was ist mit dem Mord? Haben wir nicht gerade über den Mord geredet? Ja. Das ist wirklich ein Bizarre Fall, nicht wahr? Ich meine, hänger jemanden von einer Antenne. Ja. Das ist mit dem Mord an. Ich muss sagen, dass es eine Warnung oder eine Signale von der Kulprin ist. Ja. Aber so far, no one has come forward to take credit for the crime. Ja. Loads of prank calls though. So the cause of death is still unknown and they don't have a single suspect yet? Taxpayers funds are going to a police force who can't even figure out if this is an accident or a homicide? Hmm. Okay, Jujima, du hast schon alles raus hier. Ach ne, er schläft jetzt oder was? Oh nein, bitte nicht die Werbung. Oh, er kommt schon. Oh Gott. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Every day is great at your Junas. Ich fass es nicht. Die ist dann echt hypnotisiert. Hey Dad, können wir mal ein Junas zusammen gehen? Nein? 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 Sie scheint zu schlafen zu sein. Oh Gott, wir sind ja cool. Wir lieben hier. Ja, ja, ja. Alles lässt uns eiskalt. Alles lässt uns eiskalt. Na ja. Ach, aber wir wollten in den Fernseher gucken, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Aber erstmal hier gucken, ob wir was essen können. Na ja, gut. Last thing catch. Ja, ja. Wahrscheinlich hier brauchen wir Ingredients, haben wir nicht. Also speichern. Oh mein Gott. Das war wieder eine halbe Stunde mit Katzin hier. Ah. Okay. Ist ja eine pure Katzin hier. Aber na gut. Wir müssen hier halt, äh... Können wir nach draußen? Es wäre besser, heute nicht zu verlassen. Okay. Nein, wir können halt... Äh, vielleicht am Wochenende. Es riecht heute Nacht. Du hast die Versorgung, zu versuchen, ein Ruhm über den Midnight-Channel zu versuchen. Wollt ihr in deinem Ruhm und den Midnight-Channel zu sehen? Das wollen wir mal machen. Watch TV in deinem Ruhm. Offensichtlich wird ja was passieren. Sonst, äh... Wäre das ja nicht so wichtig. Obwohl hier bin ich mir nicht ganz sicher. Oh mein Gott, was ist mit uns los? Wir sehen aus wie so ein paar Drogenabhängige. Und regnen tut das auch. It's almost midnight. Your soulmate appears if you look in a TV on a rainy night. Could she a story be true? Ah... Ausprobieren, ne? Äh... Probieren geht über Studieren? Oh mein Gott, Anime. Cats... Cutscene. Ich kann's kaum erwarten. Ich kann's kaum erwarten. Ich bin sie. Du bist ich. Du bist ich. Du bist derjenige, der die die Tür öffnet. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020